Kann jemand was zu trinken für mich? Ich hab ganz viel Wasser, ich bin mitten im See. Immer noch Apple Juice. Ja, gib mal bitte das Apple Juice an. Überlebe ich wenigstens noch ein paar Sekunden länger. Dankeschön. Dass man echt keine Cantin findet. Gerade in der Military Basis. Ich bin jetzt gleich auf nem Berg. Vielleicht seh ich euch ja mal von da aus irgendwie. Versteckt euch. Versteckt euch. Ich bin jetzt versteckt. Sie darf uns jetzt sehen. Da hinten ist sie. Seht ihr mich? Seht ihr mich? Siehst du ihn? Du ein Arschloch, ey. Das Military Camp ist doch eh leider. Ja. Bist du schon im Auto? Oh, 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 oh. Ich glaube, ich hab das Military Camp gefunden. Kann das sein, ne. Kann auch sein, dass unser Flughafen ist. Ja, kann auch sein. Ist ja so ein großer Tower, Tiny. Ne, da ist gar kein Tower. Ah ne, das kann aber auch eine Farm sein, das da. Was ist das? Also ich seh jetzt von hier aus, seh ich. Ich konntest noch nicht mal lesen, da ziehe ich. Diese Stadt ist schon ein. Ähm, mit den Dings. Dann so zwei Bauernhöfe direkt nebeneinander. Und dann seh ich so ne lange Landbrücke. So ne lange Brücke. Die, 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 die. Jetzt brauch ich gar nicht mehr zielen. Ja. Ja. Ich hatte hier keiner zugehört, glaube ich. Ja, ich hab's gemerkt. Ey, das hat jetzt mein, mein Swiss-Gewehr, was du da benutzt. Ja, mit dem Laserpointer. Ja, den musste ich eben liegen lassen, weil ich keinen Platz mehr hatte. Auf geht's. Oh, 44%. Ne, ist okay, wartet nur nirgends auf mich. Ich fahre Fahrt nur. Ja, ja. Ich dachte, wir fahren jetzt zu dir. Weiß irgendjemand, wo ich bin? Hat mir irgendjemand zugehört? Weil es alles schon erschien, im Auto schieße. Alter. Alter, alle drüben. Ja. Pass auf. WOOOOO! Ich hab grad Paleberries gegessen. Von denen... Ja, die machen auch heil. Von denen wird man schneller. Ehrlich? Ja. Ist mir noch nie aufgefallen. Boah, geil. Hörst du unser Hupen? Nein. Der hört grad gar nix mehr. Der hört grad gar nix mehr. Der hört grad gar nix mehr. Ich glaub auch nicht. Ja. Also ich lauf jetzt, ich lauf jetzt in Richtung diese, diese lange Landbrücke. Aber diese lange, diese lange Brücke ist keine Landbrücke. Es ist einfach nur ne Brücke. Die irgendwo in der Mitte kaputt ist? Das, äh, hab ich nicht gesehen. Oh. Hm? Du bist grad durch ein Schild gefahren. Wie groß ist die Welt eigentlich? Ja, die ist nicht zu groß. Äh, ne. So, die Wirkung von den Bären hat jeder nachgelassen. Dann hau ich mir jetzt mal die Grünen noch rein. Oh nein, oh nein! Ich verdurste! Ich verdurste! Oh geil, die sind einfach nur gut gegen... Juhu, gleich können wir Fini looten. Ja! Ach man! Bei Bären sammeln macht irgendwie ganz viel Sinn. Auch wenn's, äh, wenn's, äh, grad wenn's so ums Verdursten und so geht. Also die sind echt gut. Ich geh ins Licht. Ja, nehmt dann einfach meine Sachen. Und der fährt doch einfach weiter. Ich hör euch! Ich hör euch! Ich seh euch! Ja, ich hab grad geschossen. Ja, und jetzt bin ich tot. Ich seh euch! Bleib mal stehen! 5, 4, 3, 2, 1, tschüss! Oh, jetzt ist grad ein Besitzplatz frei geworden. Und da seh ich noch ziemlich lächeln, ey. Wie sie sich drauf losstürzen, ne, Alter? Jetzt mal ein Schoolback oder... Lass mir was liegen! Lass mir was liegen! Lass dem gar nix! Halt deine Fresse! Fahrt ihr so'n blauen Truck? Ne. Dann seh ich euch gar nicht. Was? Ne, wir waren in nem... Dings. Krankenwagen. Ne, Feuerwehrwagen. Ich versuch' euch schon die ganze Zeit irgendwie begreiflich zu machen, dass ich nicht in der Lage bin, mich hier zu orientieren. Warte, 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 ich bin jetzt bei der Brücke gespawnt. Du bist bei der Brücke gespawnt? Dann, ähm... Ja. Äh, sind wir, glaub ich, ganz in der Nähe voneinander. Ja. Also ich bewege mich grad... Ne, hast du mir jetzt grad das Essen geklaut, du sagst? Auf die Brücke zu. Ja. Achso, okay. Ich brauch da... Da steht ein blauer, ein blauer, qualmender Truck. Warte, ihr braucht mal irgendwas, ey. Ich brauch auf jeden Fall mal gleich was zu trinken, weil sonst, äh, ist hier nämlich auch... Ich bräuchte mal was gegen Krankheit. Ja, ich bräuchte mal Profis als Mitspieler. Halt deine Frisse! Ich glaub, das hier ist die Unfallstelle von eben. Ja, das ist die Unfallstelle von eben. Ja, da findest du bestimmt mal ein bisschen Zeug. Ja, da find ich auch mal ein bisschen Zeug. Aber dann bist du doch gar nicht mehr bei der Brücke, oder? Meine Map! Haha. Was möchtest du uns sagen? Ich bin high. Hi. Der Scan, der Scan, hol ich mal mit. Ich hab ja gar keine Knarre mehr. Ich muss mal da hinten auch die Knarre holen. Von Feeny. So, Feeny, ich kann... Egal, ich hab auch schon was von Eco Lute, als von daher. Du hast ja alles eben von mir weggenommen. So, ich bin jetzt in der Stadt mit den bunten Autos. Ja, ich bin grad bei der Brücke. Ich bin grad dort, wo Zinni gestorben ist, wo wir den gelootet haben. Gibt es da hinten mit dem weißen Haus am Steg? Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Sag ich dir nicht. Sag ich dir nicht. Ja, dies geheim. Ich hab mir was gebrochen, Gott sei Dank. Und... Jetzt kann das dem weitergehen. Oh, geil. Lieber Mann, die gehen aber auch immer schwerer kaputt, die Zombies. Deine... 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 Deine Dings-Qualität ist grad unter aller Sau. Deine... 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 Spiel-Qualität, ja, ne? Ja, das ist ja nichts Neues. Ja. Ich bin gestorben. Was ist denn ein Car-Jack? Hier, Throw-Jack. Das ist ein Wagenheber. Was macht man denn damit? Wagenheben. Nein, ey. Ja, damit kannst du, wenn die irgendwie, glaub ich, durchstehen oder so... Ich hab load. ... kannst die da wegholen. Ich höre irgendwas. Ja, Schüsse. Eine Grille zirpen. Zirp, zirp. So, wer hat denn hier Medizin, weil... Ich brauch' Painkiller so wegen meinem Knochenbruch. Ah, ne, da brauchen wir eigentlich so ne Schiene, oder? Mhm. Ach du Kacke. Eine Hose. Ich hab' auch ne Hose. Es laufen noch oben ohne rum. Wie ist die verkackte Schiene nochmal? Ähm. Ich höre irgendjemanden... Gießen. Oh, ne, verdurstig auch, ja. Wir sind echt Profi. Ist echt ein Tor-Spiel grad. Warte. Oh, mein... Ich muss mich jetzt noch schnell verstecken, sonst lötet ihr mich nämlich. Oh, ne, verdurstig auch. Oh, ne, verdurstig auch. Oh, ne, verdurstig auch. Wie sah der, wie sah der Kisi aus? Ist laufen. Ich hab ne, 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 ne Karre. Keine Knarre. Ah, ich seh' dich, ich seh' dich. Wo denn? Jawoll. Was, what the fuck? Brauchst du irgendwas? Äh, komm mal mit, du hast du grad am Strand entlang. Noch geht's mir gut. Komm mal mit. Nein. Jawoll. Äh, da lang. Oder? Ne, aus der indirischen... Wenn du jetzt mal den Kisi hinterher mich ihn loten kannst. Ne, ich nehm doch da lang. Entschuldigung. Ja, du hast echt ne super Orientierung. Halt deine Fresse. Du bist doch ein viel besser. Alter. Verdammt, jetzt bin ich kaputt. Ach so, Klamotten? Ich würd's sagen, zieh dir jetzt mal halt an. Ein boring suit. Mal gucken, weil der Kisi alles schönes dabei hatte. Oh nein, lass bisschen Ruhe. Du wirst das nicht mögen, wenn sie nackt rumrägt. Oh, was liegt denn hier alles? So ein bisschen durch den Wald, da finden wir voll die geilen Sachen. Großen Rucksack. Ey, das bleibt da alles schön liegen. Ja. Ist das ne Pro Pa? Also die Cabbage. Auf jeden Fall liegt da vorne, da. Da liegt noch Kram, was dich vielleicht interessieren könnte. Oh, ein Swiss-Gewehr, das ist ja praktisch. Da ist aber keine Medizin. Oh, oh, oh. Ich hab jede Menge Medizin. So. Wie voll ist denn das Auto? 10%. Brauchst du noch irgendwas? Okay, der ist leer. Ja. Brauchst du noch, wenn du was zum Schlagen brauchst, kann ich noch einen Baseballschläger geben, ne? Ne, ich hab noch... Warte, was hab ich gefunden? Hier, Crowbar, genau. Der tut's auch. Okay. Also ich hab jetzt dann auch wieder eine Karte. Okay. Das heißt, wir könnten theoretisch uns abstimmen aufeinander, wo ihr seid und dann können wir dort hinkommen. Weil wir ja die Karte haben. So. Ne? Was ja Sinn macht. Ja. Ich bin hier bei so einer Stadt. Da ist davor so ein Camping-Ding. Ja, da bist du ewig weit weg. Warst du schon da hinten? Na, ich hol mir noch grad den Tuch. Oh, Essen. Essen. Dertilizer ist kein Essen. Aber es ist... Ne, das ist, ähm, Dünger. Kannst aber auch mal probieren. Bist ja auch beim Botanisten. Beim Botanisten. Das heißt jetzt nicht Botaniker, sondern Botanist. Ja, Botanist. Botanist. Ja. Natürlich. Das ist den Glück. Also ich hab jetzt Potato und Tomato Seed. Sollen wir uns vielleicht mal irgendwo niederlassen und mal irgendwas anbauen? Ja, können wir machen. Also wir müssen, ähm, das dann bei einem Dings machen, bei einer Farm. Okay. Man muss ja auch umgestellt im Feld, Mann. Aber wenn die Zombies drüber rennen, dass sie alles frägt. Äh, sollen wir mal zu einer Farm fahren, Fini? Warte, hast du Fertilizer mitgenommen? Ja, hab ich. Achso, okay, gut. Können wir mich jetzt einfach alleine lassen. Mir läuft ja nackt durch die Gegend. Ich. Ich nicht. Okay, sie kommen ja schon los. Ich bin das. Okay, kannst losfahren. Ich bin das. Oh, bin ich da. Äh. Ich muss grad überlegen, wo wir langen müssen. Ich hab noch ein paar Tage langen müssen. Okay. Oh, da ist noch, da ist noch ein Riegel, warte. Schokoriegel. Wenn da noch mehr drin ist. Ähm. Moldi. Moldi. Da. Ne, das war's. Hast du irgendwas gegen Dings dabei? Gegen Krankheit? Ich hab gar nichts dabei, weil ich grad gestorben bin. Ich hab nur ne Knarre, Crowbar und Messer und Candybar. Ähm, Fini? Ja? Ja. Wenn du auch Klamotten brauchst oder so da hinten. Im Wald ist einer verreckt. Äh. Warte, ich hab aber schon was. Ja, gut. Warte. Dadadadada. Wow. Ich bin ein Feuerwehrmann. Bist du Grisou? Ja, ich wollt grad sagen. Äh, leider haben wir nur den Feuerwehrhelm an, sonst nix. Ich glaub hab ich auch. Oh Gott. Dazu sag ich jetzt nichts. Den, den Feuerwehrhelm hat der brennen hat der. Und damit willst du wirklich vertrauschen. Und damit willst du wirklich vertrauschen. Mhm. Genau. Mit der Kursentusel. Wo ist der denn gestorben? Wo ist der denn gestorben? Darf ich nicht sagen. Der, der tötet mich sonst. Kisi kennt da leider kein, keine Gnade. Ja, der Kisi ist ja ein Spacko. Ja. Ja. Oh, da ist er. So viel dazu. Ja, da ist er. Du hast die Finger von meinem Zeug. Ey, wer steht denn... Oh, stehen wir Zombies in der Schlange? Vor dem Geschäft, wollen die alle was kaufen, was? Oh. Ja, ja, genau. Da war ich auch mal. Das war voll unheimlich. Ich glaub ich muss da mal kurz mit einer Granate reinschmeißen, hä? Wurde ich mal dazu behaupten. Ich höre Schüsse. Ich höre jetzt... Äh, achte mal gucken, ob der das Tier hört. Ich hab grad so'n Zombie-Bären angeboten. Äh, äh, nein, weil da hat jemand reingequatscht. Äh. Gott. Ich bin schon wieder tot. Der wollte meine Bären nicht haben, der Zombie. Die sind aber so undankbar. So, und wo, 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 wo plant sich das jetzt an? Hier. Bei der dunklen Fläche. Du, äh... Oh, hinter dir ist ein Zombie. Ich muss jetzt die ganze Zombie heute platt hauen. Ja. Du equipst die? Du equipst ein, äh, Seed und dann, ähm... Ja, taucht da so'n grünes Feld auf. Hier. Hier musst du's machen. Ah! Ja? Genau. Moment, und dann, dann, dann pflanze ich auch noch grad die anderen beiden Seeds, die ich hab. Ich hab ein bisschen was da jetzt. Und... Da kommt aber nachher nicht nur eine Tomate raus, oder? Oh, leck, ey. Doch, aber wenn du dann, ähm... Ähm, Fertilizer? Wenn du die dann aufsammelst, dann kannst du die craften und dann hast du zwei Seeds. Fertilizer? Drauf? Ja. Genau. Ah. Und dann ist es auch schon fertig. Ah, von alleine wechseln? Dann... Habe's? Doch. So. Wie sieht's denn hier? Dann, ähm, klickst du auf Crafting unten. Mhm. Und, äh, hol die, äh, zieh die Tomate in Supply rein. Genau. Und dann, äh, siehst ja unten schon, dass das, äh, zwei Potato Seeds ergeben. Und dann craftest du die. Und dann, ja, klickst du auf Potato Seeds und dann ist es in deinem Event wahr. Wo bist du hingelaufen? Bin hier hinten. Ich hab noch 20 Leben. So. So. Irgendwie sind die Handfeuer, äh, die Feuerwaffen nicht so gut, wenn es so viele Zombies da sind. Ja. Und jetzt, äh, werden wir hier unser Territorium, äh, unser Feld. Krass, was... Ey, wie spawnen die denn? Warte mal. Ey, ohne Witz, ey. Du hast ja zufällig ein NATO-Magazin aufgenommen. Ach du. Wie macht man Licht an beim Auto? Luft-Magazin. Ähm... Rechtsklick? Entweder rechts oder linksklick. Nicht so schön. Aber ich war nicht so schön. Das war nicht so schön. Vielen Dank.